Schönen guten Tag, ich bin Thorsten, ich bin ein Vertreiber, ein Distributor von Jeunesse in Kalifornien und die Firma Unity Global World, da haben sich einige viele gute Ideen ausgedacht, um diese Produkte zu vermarkten und wahnsinnig gute Videos und Landing Pages für sie erstellt, damit sie die Produkte leichter verkaufen. Also das AMPM, die Essentials, die Vitamine, die haben da einige super Videos, die dann direkt wieder zu Ihnen zurückführen, damit Sie den Kredit dafür kriegen. Wie gesagt, wenn Sie auf das Video klicken, Sie können übrigens das ganze Video unter meinem Video anschauen, da ist ein Link, das nimmst Sie direkt zu diesem Werbungsvideo von AMPM. Und schauen Sie sich das mal bitte an und registrieren Sie sich dort und wenn Sie irgendwelche Anbefragen haben, wenden Sie sich gerne an mich. Dankeschön.